Ne, das wollten wir ja anders machen. So nämlich. So, und jetzt mit Bedacht an die Sache rangehen. Das ist doch total dumm. Ich hasse die Physik in diesem Spiel. Ich weiß ja nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich meinte eigentlich, ich fand die damals ganz geil, aber ich glaube, sie haben es einfach kaputt gepatcht. Hallo von Julia. An Chris. Er ist doch gerade gestorben und hat sich dann nochmal gedreht, alles klar. Oder war der dabei, sich zu drehen? Ich weiß nicht, ob das nicht so ganz gut sein kann. Ach so, da war ja was. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Hallo, Gen. Oh, ja, da war ich. Ne, ich sterbe doch jetzt. Der fällt runter wie ein Stein, ne? Das ist der Wahnsinn. Hallo, sieben Fenster. Ich kenne dich nicht. Bei uns in Duisburg gibt es aber ein Tausend-Fenster-Haus, wollte ich jetzt nochmal so gesagt haben. Die ist komisch. Allein schon, dass sich Crash nach vorne bewegt, wenn er nach dem Aufklatschen noch auf dem Boden liegt. Ich meine aber, das hätte sich geändert. Also das ist anders geworden. Als das Spiel rauskam, war das anders irgendwie. Kann man dran vorbeifallen? Ne, ne? So, jetzt nur irgendwo ein Checkpoint holen. Gilt? Scheiße, ich habe Angst, über die Nitro-Kiste zu springen. Ja! Ich meine, das zählt als Checkpoint, wenn man das schafft. Ich meine, ich. Der René aus Oberhausen. Der René aus Oberhausen. Okay. Hast du bei mir schon mal einen Stream dabei? Dein Name sagt mir jetzt nichts. Tut mir leid. aber ich habe es sowieso mit namen arbeite seit fast zwei jahren bei mir in der firma und ich weiß teilweise immer noch nicht wie die leute heißen also ist das es ist nichts schlimmes wenn ich deinen namen nicht kenne twitter so öftermals ach moment doch jetzt wurde twitter so ist das hast du jetzt ein bild von dir selber bei twitter also von dir selbst so ich bin jetzt nein nicht nach unten ok dann alles klar dann weiß ich wer du bist so snowbiz konnten wir nicht alle edelsteine holen deswegen können wir den nicht haben er crash genau da waren wir drinnen haben wir aber abgebrochen weil wegen edelstein äh quatsch geheim level so das haben wir ja da eben abgefrühstückt das heißt wir dürfen jetzt hier mal dass wir das vernünftig machen das haben wir doch mal sehr gut gemeistert so ach moment gab es hier nicht eine todesplattform ja da vorne ist es sogar noch so ich finde das hört sich an wie sims mucke hier wicke wicke normalerweise dürfte das nicht zählen für die todesplattform noch da ja sie ist noch da das ist schön ich glaube aber die musik die aus dem rocket oder pack attack level die hat mir glaube ich ganz gut in den teil gefallen aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr zu 100% sicher die war ja schon im original mega geil so so traue ich mich oder traue ich mich nicht mache ich erst das level davon und dann meine ich doch nicht so die das ist das ich erst mal meine schweißhände entfernen Ah, du Scheiße! Ah, du Scheiße! Hallo! Sie sehen so komisch aus mit ihren Augen, ne? Hier gab's keine Kisten, oder? Ich mein, hier gab's doch keine Kisten, ne? Dann würde es sowieso keinen Sinn machen, wenn's hier Kisten gäbe. So, das ist aber hier schon gemacht, ne? Verzieh dich! Gut, dass ich das, äh... Kannst du doch nicht alle Kisten holen? Ja, gut. Dann... Oh, Scheiße! Dann muss ich mich ja gar nicht darum kümmern. Komm hoch! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! War da irgendwo... War da irgendwo eine Rippe? Also eine Rippe vom Edelstein? Ich hab das gar nicht gesehen. Ach, Moment! Da wird man hingebeamt, ne? Wenn man irgendein anderes Level macht. Für von dem oben da... Otr? Ich mein, das wär so gewesen. Na gut! Bier it! Bier it! Bier it! Ähm, da könnten wir eigentlich schon... uns am Rippen versuchen. Allerdings ist am Ende nochmal ein Laufpart. Hm. Wir machen das einfach ganz am Ende. Schönen Rand vorbei. Das ist jetzt auch ein super guter Checkpoint hier. Wie gesagt, wir müssen irgendwann... müssen wir uns mal hier... an die... Beta des Spiels machen. Aber das machen wir, glaube ich, erstmal... wenn das hier alles rum ist. Oder... Ne, wir machen das, wenn alles rum ist. Also auch Crash 3. Ähm, dann machen wir uns an die Beta von Crash 2. Die Beta von Crash 3 hab ich... leider noch nicht gefunden. Run it, dude. Na gut. Bläh! Ja, da war ich grad ein bisschen blöd. Ja, ja, das ist äh... von Daft Punk. Was von Daft Punk? Ich weiß es nicht mehr. Okay... Könnte mich schmaßen. Leider nichts spielbares, okay. Na ja. Mann, das kann doch nicht sein, diese dumme Hitbox von der Dreckskiste da... Ich sehe, dass ich daran vorbeilaufe, nur eigentlich, ich glaube im ersten Teil ist die Hitbox von Crash selbst größer. Leider keine Musik, das stimmt auch. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben haben wir denn noch? Die Hitbox.